Halli! Hallo! Hallöchen! Liebe Menschheit! Ja! Luzi hier! Luzi zum ersten Mal sichtbar auf diesem Kanal. Oh mein Gott! How can she do that? Ja, viele werden sich vielleicht gewundert haben, warum kamen die letzten zwei Wochen keine Videos? Luzi, wolltest du nicht regelmäßig Videos machen? Ja, wollte ich. Das Problem war jetzt aber im Moment, dass wir letzte Woche umgezogen sind. Wer mich von meinem alten Kanal noch kennt, wird wahrscheinlich wissen, das sah alles mal im Hintergrund ein bisschen anders aus, was wie gesagt daran liegt, dass wir umgezogen sind. Das war der erste Grund, warum jetzt in den letzten zwei Wochen nichts kam. Der nächste Grund dafür ist, dass die ganze letzte Woche, in der wir ja schon hier sind. Wir sind ja letzte Woche umgezogen. Echt wenig Zeit dafür war, sich vom ganzen Umzugsstress, der wirklich eine Woche gedauert hat, zu erholen. Einfach weil ich eine extrem stressige Woche hatte. Ja, es war halt so. Nächster Grund, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, weil er meinen Freund nicht abonniert hat. Wir haben hier in dieser Wohnung ein paar Probleme mit dem Internet. Und zwar ist es so, wir sind ja nur vom Dachgeschoss in den Erdgeschoss gezogen. Also könnte man meinen, es ist kein Problem, das Internet so wie es ist zu lassen und von der einen Wohnung auf die andere Wohnung umschalten zu lassen. So dachten das zumindest mein Freund und ich. Aber die liebe Telekom sagt, nein, das funktioniert so nicht. Wir sind zwar nicht bei der Telekom, aber bei der 1&1. Und die 1&1 hat ja nur die Leitungen von der Telekom angemietet. Das heißt, wir laufen zwar über 1&1, aber eigentlich hat die Telekom immer noch alles in der Hand. Und ja, die Telekom dachte sich, puh, die hatten da oben 16.000er Leitung. Das geht ja gar nicht. Wir stufen die jetzt auf eine 6.000er Leitung nach unten. Ja. Und weil die Leitungen hier in dem Haus nicht so knülle sind, kommen von den 6.000 nur 3.000 hier an. Das heißt, unser Internet ist, was Geschwindigkeit angeht, jetzt nicht sonderlich gut. Ich habe zwar auch schon mit viel, viel schlechteren Internet hochgeladen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass wir hier zwei Leute haben, die Videos hochladen wollen. Und ich nicht so ganz weiß, wie das jetzt ablaufen wird. Also wir haben den Vertrag schon gekündigt. Der Schnupp steht hinter mir. Komm doch her. Für alle, die ihn nicht kennen, die abonnieren ihn bitte. Guten Abend. Das ist mein Freund. Und ja, wir haben halt ein paar Probleme mit der Telekom und dem Internet und der 1&1. Und da steht mein Name drauf. Ja, da steht dein Name drauf. Auf diesem weißen Fleck. Oh ja, okay. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept draus. Ja, wir haben halt gerade im Moment nur eine 3.000er Leitung. Wir sind zwei Leute, die Videos hochladen. Wird alles ein bisschen schwierig zurzeit. Deswegen werden, wenn Videos kommen, sie nicht so ganz regelmäßig kommen, weil einfach scheiß Leitung und geht halt einfach nicht anders. Und ich wollte einfach allen Leuten, die jetzt irgendwie geglaubt haben, oh, jetzt kommt schon wieder nichts. Die blöde Kuh hält sich nicht dran, dass sie keine Videos macht und so. Das liegt zurzeit leider nicht an mir. Ich würde gerne mehr Videos machen und so. Und ich habe auch eigentlich Spaß dran. Bloß gerade im Moment ist halt einfach ein bisschen blöd. Wir beide haben vorhin geredet. Es steht auch ein neues Projekt eventuell noch nicht so ganz in den Startlöchern, weil es wird mehr oder weniger ein Partnerprojekt. Er hat es gerade heute, er hat es heute angefangen, das eine Spiel. Und sobald er damit fertig ist, würde ich das andere Spiel davon spielen, mit seinem Code. Vielleicht wissen ja jetzt, nicht Code, Code. C-O-D-E. Genau. Und vielleicht wissen ja jetzt einige schon, worum es geht. Es hat was mit einem Dreieck zu tun. C-O-D-E. Genau. Auf jeden Fall, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte, glaube ich. Genau, was ich noch überlegt hatte, ist eventuell eine Wohnungstour mal zu machen, weil die Wohnung hier so schön ist. Was machst du da? Ich frage mich, was du da gerade machst. Ich streichel dich. Ich patsche dich. Ich muss gehen. Ich liebe dich. He's awkward. Auf jeden Fall, bevor das Video jetzt noch länger wird, geplant ist ein Projekt. Ich kann im Moment leider nicht mehr hochladen, wie ich möchte. Wegen schlechtem Internet. Jetzt trägt er noch die Katze. Ja. Ja. Es artet hier gerade alles ein bisschen aus. Genau. Neues Projekt. Ich kann im Moment leider nicht mehr machen, wie mir möglich ist mit dem Internet. Plus eventuell kommt irgendwann die nächsten Wochen eine Wohnungstour. Ja. So. Das war's. Ich würde sagen, es tut mir wirklich leid, dass es nicht anders geht. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin, bis zum nächsten Video und bye bye.